Auch Netflix musste in den vergangenen Wochen ihre Preise erhöhen und vor allem die teureren Varianten mitgehen mittlerweile ordentlich ins Geld. Wollt ihr zum Beispiel ein Jahr lang Netflix in 4K streamen, kostet das über 200 Euro. Deswegen zeige ich euch in diesem Video, wie ihr Netflix mit einem Gutschein und über einen VPN in die Türkei günstiger kaufen könnt. Gerade bei den teureren Versionen spart ihr dabei über 70% am Preis und das geht gar nicht mal so schwierig. Hi, ich bin Alex von Privacy Tutor und auf diesem Channel schauen wir uns an, wie wir mehr Kontrolle über unser digitales Leben bekommen können. Warum unterscheiden sich eigentlich die Preise je nach Land? Naja, unser durchschnittliches Einkommen hier in Deutschland oder beispielsweise in der Schweiz, in der USA ist natürlich deutlich höher als zum Beispiel in der Türkei oder in Indien, Brasilien oder Argentinien. Und deswegen sind auch dort die Angebote für Netflix deutlich günstiger. Nun wäre es aber zu einfach, wenn wir einfach sagen, okay, dann bezahle ich halt den türkischen Preis und natürlich will das auch Netflix nicht und deswegen haben sie ein paar Regeln davor geschoben. Zum einen schauen sie auf unsere IP-Adresse, um herauszufinden, ob wir uns wirklich in der Türkei befinden. Und zum anderen schauen sie auf unsere Bezahlungsmethode. Zum Beispiel können wir nicht mit einer deutschen Kreditkarte bezahlen, sondern müssen mit einem speziell türkischen Gutschein bezahlen. Starten wir jetzt mit dem ersten Schritt und zwar schauen wir uns erstmal an, in welchem Land Netflix eigentlich wie viel kostet. Dafür gibt es eine Seite im Hilfe-Center von Netflix, die habe ich euch auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und hier sehen wir jetzt erstmal die ganz normalen deutschen Preise. Das Abo mit Werbung-Modell kostet mittlerweile 5 Euro, das normale Abo 8 Euro und die Premium-Variante bis zu 18 Euro. So, nun können wir aber hier oben umstellen und uns die Preise für andere Länder anzeigen lassen. Zum Beispiel gebe ich jetzt hier mal Türkei ein und dann sehen wir, dass es in der Türkei die Basisvariante nur 64 Lira kostet und die Premium-Variante nur 131 Lira. 131 Lira sind gerade mal 6,50 Euro und das ist schon die Premium-Variante mit 4K. Das heißt, die Premium-Variante kostet in der Türkei weniger als bei uns die Standard-Basis-Variante. Das Ganze kannst du natürlich auch mit anderen Ländern durchspielen. Beispielsweise ist in Indien der Preis sogar noch etwas günstiger. Hier gibt es eine Mobile-Version, die kostet gerade mal 149 indische Währung, indische Rupee und das sind dann gerade einmal 1,70 Euro pro Monat. Das Problem bei Indien ist allerdings, dass ich dafür keinen Gutschein gefunden habe und meiner Erfahrung nach funktioniert es mit der Türkei am besten. Neben der Türkei habe ich aber auch Gutes von Brasilien und Argentinien gehört, weil du auch hier Gutscheine findest, aber die Preise deutlich günstiger sind als hier bei uns in Deutschland. Kommen wir jetzt zum zweiten Schritt und zwar melden wir uns über einen VPN bei Netflix an. Das heißt, ich gehe jetzt einfach auf die Startseite oder klicke hier oben auf jetzt Mitglied werden und erstelle mir jetzt einen neuen Account bei Netflix. Das ist auch ganz wichtig. Es geht nicht mit einem bereits bestehenden deutschen Account, sondern du musst dafür einen neuen Account erstellen. Also klicke ich mich hier mal durch, ich sage wähle ihr Abo. Aber wie du siehst, sehen wir jetzt immer noch die deutschen Preise, weil wir uns ja in Deutschland befinden. Und deswegen müssen wir Netflix erst einmal vorgaukeln, dass wir uns auch in der Türkei befinden. Das geht am zuverlässigsten mit einem VPN-Anbieter, denn wir tunneln uns sozusagen über einen VPN-Server in ein anderes Land und dann sieht es für Netflix so aus, als ob wir uns in einem anderen Land befinden. Ein VPN hat übrigens nicht nur den Vorteil, dass du Netflix günstiger kaufen kannst, sondern du hast auch Zugriff auf ein größeres Portfolio, auf eine größere Bibliothek, weil du dich in jedes Land der Welt tunneln kannst und dadurch auch alle Netflix-Serien und Filme auf allen Ländern sozusagen, in allen Ländern anschauen kannst. Ich habe in den letzten dreieinhalb Jahren fast 40 verschiedene VPN-Anbieter getestet. Mein Gesamtsieger war dabei ExpressVPN, vor allem wenn es um Streaming geht, denn viele Anbieter, vor allem die kostenlosen Anbieter, tricksen die Streaming-Anbieter nämlich nicht aus, denn die wollen ja auch nicht, dass ihr mit einem VPN auf sie zugreift. Das heißt, du holst jetzt einen VPN-Anbieter, der Server in der Türkei hat. ExpressVPN hat Server auch in der Türkei. Leider ist ExpressVPN nicht kostenlos. Er kostet rund 7,50 Euro pro Monat, wenn du dich für den Einjahrestarif entscheidest. Aber das Schöne bei ExpressVPN ist, dass es eine 30-tägige Geld-Zurück-Garantie gibt. Das heißt, du kannst den Dienst 30 Tage lang testen und beispielsweise Netflix-Stream, dich bei Netflix anmelden und dann wieder dein Geld zurückbekommen. Unten in der Videobeschreibung gibt es außerdem einen Link zu ExpressVPN. Das ist ein Affiliate-Link, da bekommen wir eine kleine Provision und du bekommst außerdem drei Monate kostenlos. Jetzt greifen wir hier mal drüber zu. Genau, jetzt siehst du hier drei Monate kostenlos. Das heißt, unterm Strich kostet es nur noch so rund 6 Euro pro Monat, wenn du dich für den Einjahrestarif entscheidest. Okay, genug Werbung. Wenn du jetzt einen VPN-Anbieter wie ExpressVPN installiert hast, hast du hier so ein schönes VPN-Fenster, ein VPN-Client nennt man das. Und dann kannst du hier auf alle Standorte draufklicken und dann suchst du einfach das Land, in das du dich tunneln willst. In unserem Fall ist das die Türkei. Dann klicken wir hier doppelt drauf und dann dauert es ein, zwei Sekunden. Und jetzt surfen wir mit einer IP-Adresse aus der Türkei und haben uns durch einen verschlüsselten Tunnel in die Türkei getunnelt. So, mal schauen, was jetzt passiert, wenn wir hier die Seite aktualisieren. Dann sollten sich nämlich zumindest in der Theorie genau die Preise ändern. Du siehst jetzt, hat sich auf einmal die Sprache geändert und viel wichtiger, die Preise haben sich auch geändert. Und hier sind wieder diese 64 türkische Lira, für die wir die Basic-Variante, die 720p-Variante bekommen können. Wir erinnern uns, 64 türkische Lira waren ungefähr 3,16 Euro. Und die Variante in Deutschland, die Basic-Variante kostet mehr als das Doppelte, die kostet 8 Euro. Kommen wir jetzt zum dritten Schritt und zwar müssen wir uns eine Geschenkkarte für das türkische Netflix kaufen. Ich habe drei Seiten gefunden, auf denen man Gutscheine für die Türkei, für das türkische Netflix kaufen kann. Einmal ist das tourgame.com, dann ineba.com und g2a.com. Das ist die bekannteste Seite, allerdings ist es hier auch ziemlich teuer mit 4,60 Euro. Deswegen habe ich es das letzte Mal mit ineba.com ausprobiert und das hat auch ohne Probleme geklappt. Deswegen probieren wir es nochmal aus. Und zwar kosten hier 75 türkische Lira, nicht 10,70 Euro, sondern hier unten 3,98 Euro. Und hier klicke ich einfach mal auf Buy Now und hier steht extra nochmal die Warnung. Dieser Gutschein kann nicht aktiviert werden in Deutschland. Das wollen wir nicht, sondern wir wollen ihn nur in der Türkei aktivieren. Also klicke ich hier mal auf 3,98 Euro, erstelle mir einen Account und kaufe diesen Gutschein. So, ich habe jetzt meinen Gutschein gekauft. Den sehen wir hier, den Gutscheincode. Den kopiere ich hier mal in den Zwischenspeicher. Und um die Bestellung bei Netflix jetzt abzuschließen, gehe ich zurück zu Netflix. Stelle sicher, dass ich weiterhin meinen VPN aktiv habe. Und dann wähle ich hier die Basic-Variante aus. Man könnte natürlich auch eine von den anderen Varianten gehen. Ich klicke auf Weiter. Erstellen wir jetzt eine E-Mail-Adresse und einen Passwort, mit dem ich mich dann später einlogge. Und jetzt fragt mich Netflix, wie willst du eigentlich bezahlen? Jetzt könnte ich natürlich mit einer Kreditkarte bezahlen. Kannst du gern probieren. Aber das geht nur, wenn du eine türkische Kreditkarte hast und nicht mit einer beispielsweise deutschen Kreditkarte. Jetzt habe ich aus Versehen da draufgeklickt. Jetzt müssen wir noch einmal zurückkommen. Genau. Jetzt klicke ich hier auf Gutscheinkarte und hier gebe ich jetzt den Gutscheincode ein, den wir uns gerade eben rauskopiert haben. Sage Gutschein einlösen. Dann muss ich noch einmal ein Capture hier bestätigen. Und es hat geklappt. Jetzt steht hier 65 Liras applied. Jetzt kann ich noch eine Backup-Payment-Methode hinzufügen. Brauche ich nicht. Und richte ganz normal meinen Netflix-Account ein. Kommen wir jetzt zum vierten Schritt und zwar mit dem VPN zu streamen. Wie du siehst, haben wir jetzt hier, sind wir ganz normal bei Netflix. Jetzt aber hier erstmal Netflix in Türkisch. Die Oberfläche sollten wir zumindest umstellen können. Aber wenn ich jetzt hier mal irgendwas abspiele, dann sollte das ganz normal funktionieren. Genau. Du siehst jetzt nur einen schwarzen Bildschirm, weil ich meinen Bildschirm abfilme und Netflix es nicht mag, wenn ich meinen Bildschirm abfilme. Aber ich habe das auch vor ein paar Tagen getestet und da hat es ohne Probleme funktioniert. Ich film es dir gleich nochmal mit meinem Handy ab. Was wir jetzt theoretisch machen könnten, ist, dass wir unseren VPN ausschalten. Aber Netflix mag das meines Wissens nach leider nicht. Wir können das mal probieren, weil dann kommt eine Fehlermeldung. Allerdings nur, wenn wir uns komischerweise in Deutschland befinden. Also jetzt habe ich den VPN ausgeschaltet. Jetzt bekomme ich auch keine türkische Oberfläche mehr. Wenn ich allerdings jetzt auf Play drücke, dann bekomme ich eine Fehlermeldung. Allerdings kann ich mich jetzt in ein anderes Land, wie zum Beispiel in Österreich, tunneln. Und aus Österreich habe ich das letzte Mal keine Fehlermeldung erhalten. Keine Ahnung, woran das liegt. Vielleicht weiß Netflix einfach, dass wir Deutschen gern Geld sparen und diesen Trick benutzen. Aber es soll für uns ja auch nicht unbedingt so wichtig sein, warum das so ist. Also ich habe gelesen, dass du dich zum Beispiel nach Österreich oder in die USA tunneln kannst und darüber dann deinen Netflix-Account schauen kannst. Es kann auch gut möglich sein, dass das nur am Anfang der Fall ist und dass du nach ein paar Tagen oder nach ein paar Wochen auch ganz normal ohne einen VPN weiterhin mit deinem türkischen Account streamen kannst. Okay, jetzt befinden wir uns eben in Österreich und probieren wir das gleiche nochmal aus, wenn wir hier etwas anschauen wollen. Jetzt siehst du, wir bekommen keine Fehlermeldung mehr. Der Bildschirm ist wieder schwarz, weil wir den Bildschirm abfilmen. Und aber wenn ich den Bildschirm nicht abfilmen würde, dann könnte man ganz normal sehen, dass Netflix gestreamt wird. Der fünfte und abschließende Schritt ist, dass du in den Einstellungen eine andere Bezahlungsmethode hinzufügen kannst. Ich meine, da musst du hier auf Backup Payment Method klicken. Und das habe ich leider noch nicht selber getestet, aber ich habe gelesen, dass du hier jetzt einfach eine ganz normale deutsche Kreditkarte hinterlegen kannst und dann dein türkisches Netflix mit einer deutschen Kreditkarte bezahlen kannst. Das heißt, diesen Gutschein brauchst du rein in der Theorie nur das allererste Mal und danach bekommst du immer die türkischen Preise. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass du nicht immer einen VPN brauchst, um dein türkisches Netflix-Account zu benutzen, aber dass es nur am Anfang in den ersten paar Tagen oder ein paar Wochen geblockt ist, dass du in Deutschland streamen kannst. Weil wie wir gesehen haben, funktioniert es in anderen Ländern wie Österreich oder der USA ja auch. Ich hoffe, du konntest diesem Video folgen und es vielleicht auch selber ausprobieren. Gerade wenn du zu den teureren Varianten greifst, kannst du hier ordentlich sparen. Ich habe es mal ausgerechnet, es müssten ungefähr 140 Euro sein, die du sparen kannst. Wenn du dich für das größte Paket, für das 4K-Paket entscheidest und das eben in der Türkei kaufst. Hinterlass gerne mal einen Kommentar unter dem Video, was deine Erfahrungen sind. Wenn du ExpressVPN ausprobieren willst, dann mach das auch gerne über den Link unten in der Videobeschreibung. Du kannst eben 30 Tage mit der Geld-Zurück-Garantie testen und mit dem Link bekommst du drei Monate kostenlos. Ansonsten freue ich mich, dich im nächsten Video zu sehen. Mach's gut! ... ... ... ...